Hallo Hertha-Fans, das ist meine Aufstellung gegen St. Pauli heute Abend im DFB-Pokal. Brune Jahrstein im Tor, Plattenhardt links, Brooks und Langkamp in der Mitte, Mitchell Weiser rechts, die beiden Sechser bleiben gleich mit Niklas Stark und Pers Kjellbrett. In der Offensive würde ich ein wenig rotieren, Stocker wird ja bekanntermaßen in die Mannschaft rutschen. Für ihn wird meiner Meinung nach Esswein rausgehen, Kalou damit auf dem rechten Flügel, Haraguchi auf links und vorne drin Vedat Ibisevic, unser Kapitän. Und das ist meine Aufstellung gegen St. Pauli.